So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Police Officer Simulator mit der vielleicht vorerst letzten Folge hier in diesem Display. Ich denke mir, wir machen mal wieder was anderes. Keine Sorge, wir machen vielleicht irgendwann nochmal weiter. Aber jetzt geht's erstmal hier mit. Erstmal weiter. Was machen wir denn überhaupt heute? Was wollen wir denn? Wollen wir denn im Fernsektor noch ein bisschen Präsenz zeigen? Ja, ne? Machen wir doch mal glatt. Ich sollte es erst mal nur zeigen. Das will er dann auf jeden Fall. Gut. Ja. Lässt du mich? Ich wollte gerade sagen, da habe ich nicht raus. Verständnis ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Ah, okay. Also Fahrzeuge kontrollieren. Ja, das meine ich halt einfach. Es ist jetzt gerade erst mal nur immer dasselbe. Bisher möchte ich gerne was anderes mal wieder bringen. Ich habe zwar Bock drauf, aber ich will halt gerne auch mal ein bisschen was anderes zeigen. Da ist ein Auto, was weg muss. So. Äh, strafe ich mit dem Falschmarken abgelaufen. Das könnt ihr euch, kriegst du auf jeden Fall jetzt mal. Und dann geht das Auto an den Haken. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte an den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Geht der auf jeden Fall schon mal raus. Klar, die kriegen natürlich Punkte fürs Kontrollieren, fürs Abschleppen. Mal kurz. Komm, ich werde schon ein bisschen Spanisch vor. No parking Friday. 8 bis 12 Uhr. Das haben wir nicht. Wer hat auch ein noch gültiges Kennzeichen? Das passt soweit. Der hier auch. So, du stehst schon mal ein bisschen scheiße. Du hast auch ein abgelaufenes Dings. Also kriegst du erstmal zwei Knollen. Einmal wegen der Position. Weil er ja in der falschen Richtung steht. So, dann bekommst du Strafen falsch parken wegen der abgelaufenen Uhr. Und jetzt hoffe ich für dich, dass er kein Kennzeichen noch hat. Also noch ein gültiges Kennzeichen noch hat er, Gott sei Dank. Für ihn, Gott sei Dank. Aber du stehst auch scheiße. Du stehst auf jeden Fall in der Zone vom... Hey, du stehst gerade so noch, ne? Ja, ich stehe gerade so noch. Aber der hier steht schon wieder gefühlt zum Beschissen. Ich lasse jetzt aber gerade... Ich riskier's. Er dürfte hier parken laut dem Spiel jetzt gerade, weil ich habe jetzt gerade minus 5 gekriegt. Also, da war's. Äh... Na, zu grüßen. Hallo, Bürger! Hallo, Passant! Weil der... Also, ja gut, das ist halt die Parkour, das ist okay. Ich muss zugeben, ich hätte da keinen Parkour eingesetzt. Also, ich bin Busfahrer von Beruf. Äh, ich weiß, worüber ich rede. Also, wenn ich ehrlich bin, hier hätte ich schon mal so Schwierigkeiten ranzufahren. Also, ich würde einen Schräg wahrscheinlich ranstellen. Aber... Ja, ist schon schwierig. Aber gut. Richtig gesehen ist es okay. Weil da, wie gesagt, die Parkour steht. Und damit darf er da... ...auch tatsächlich... Äh, parken. Ja, das Problem, wir können jetzt kaum wirklich voran... Aha, hier ist doch mal was. Hier ist doch mal ein Fahrzeug mit einem gutgültigen Kennzeichen. Weil, wie gesagt, da ist gar kein Jahreszeit dran. Hago geht ja definitiv raus. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. So, der geht weg. Da kommt doch schon der Abschlepper. Dann nimmt ihn sich mit. Ja, du hast noch... Das ist... Nun, da darfst du auch parken. Du schon mal nicht. Bestellten sein Auto in der... Gut, das ist eine Taxi-Zone, ne? Na, gut. Kriegt er auf jeden Fall mal mit dem Parken in der... ja das was weiß aber du kannst ja wenn wir erstmal wegen der sondern haltezone weil es ist ein taxistand kann ich jetzt deswegen abschleppen muss ich kriegte strafe wegen der position das ist ganz klar die einen abschleppwagen an meinen aktuellen ja ich habe einen wagen abgeschleppt werden oder geht er schon mal raus ist eine besondere haltezone genauso wie jetzt zum beispiel der letzte folge der typ der vor der rettungseinfahrt geparkt hat so normal kennzeichen das ist soweit okay davor ist ein parkplatz das könnte ein paradies werden warte mal aber da kann ich glaube ich nicht abschleppen dass ich jetzt kurz in denen ja doch weil der nämlich auch wieder in der falschen richtung park ist soweit okay aber das ist ja es ist alles okay aber ist der hier geht definitiv erst mal ein knöllchen wegen der falschen richtung wir sind wieder bei den jeffersen unterwegs also wir sind wieder an einem viertel gut dann gehen wir mal rüber zu dem parkplatz wie gesagt das könnte ein gefundenes fressen werden könnte 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 das könnte aber auch totale reinfall sein so der nimmt die beiden jetzt mit wo komme ich daheim überhaupt stopp freunden festhalten wegen der umweltverschmutzung fest wir sind im 21 jahrhundert da kommt so etwas nicht mehr vor das ist gerade getan okay versuchte strafen umweltverschmutzung ich belange sie wegen umweltverschmutzung das macht 25 dollar sie vermiesen mir den tag ja klar hier ist der ist okay aber das kann versicherungsschutz anfühlzeichen ja kurz laufen sie können weiterfahren auf wiedersehen wollen weiterfahren ich will hier gerne das auto mal kurz überprüfen hey fahren sie rechts ran ich möchte mit ihnen sprechen darf sich so warte mal weg das ist bei dem auto der weil die raucht also der das auto der auspuffte auch ein bisschen sehr stark und dementsprechend möchte ich das gerne ein bisschen mal überprüfen warte mal kurz das ist wieder hilfe warte mal wie die falsche was für die landstand was man mit hand stellen gerade keine sorge ich bin dabei bespiele ich ach so okay also ihr habt mir gerade geschrieben dass ich das war nicht sicher ist aber es kann sein dass ich die am auto wieder auf für auffüllen kann am polizei auto so fahrer fahrzeug du hast müssen sie ja gerade auch ich muss sie festhalten da ihr auspuff raucht alles klar in ordnung ich bin schuldig ich möchte gerne ihren personalausweis und ihre versicherung sehen bitte natürlich auch es ja bitteschön ich meine wenigstens streitet sie sich ab und verdrötete augen kann immer mal kurz check mal gleich ab sie darf offiziell mein 7i hd 40 was ist können sie mir so steigt mal aus bitte steigen sie aus und kommen sie auf den bürgersteig blöde frage kann ich jetzt auch dann kriegen wir den park in der linkszone sie hat ja keine eigentlichkeit aus aber ist alles gut dahinter so wir checken mal kurz eben die dame wegen drogentest bitte lassen sie mich eine probe nehmen um zu sehen ob sie unter dem einfluss von drogen stehen steht schon nichts sie hat offiziell gut es kann sein dass die auch einfach mit übermüdet arbeiten sie bitte mit mir da alle kieler sich für allergiker sehen ob sie betrunken sind ich bin durch allergiker ich habe relativ schnell rote augen darf ich dich zu ich muss sie durchsuchen arbeiten sie bitte mit mir zu sagen ja ich hab jetzt wegen dem verstoß wegen dem fahrzeug auf jeden fall kriegt sie strafe ich belege sie mit einem bußgeld wegen qualmenden auskunfts das kostet sie zwischen 300 und 400 dollar wirklich das ist viel geld das ist wirklich schon wieder viel geld so ja die angeblich auch die gerötete augen ich könnte jetzt sagen ich konnte ja ich darf dich suchen also machen wir das doch glatt kein gegenstand kein gegenstand gefunden sonst kein gegenstand gefunden kauf auch auch nichts die hat doch irgendwas am stecken ich hab das immer so ein bisschen gefühl aber ich glaube es kann auch sein dass sie nicht wieder nichts und dann checken mal hier ich krieg die punkte dafür weil irgendwas muss ja sein oder ich habe das glück dass sie gar nicht hat sie hat tatsächlich überhaupt zum auto die versteckt ich kann die nicht ich krieg die nicht dran also wegen irgendwas ich muss sie laufen lassen alles klar sie dürfen jetzt gehen fahren sie vorsichtig so tschüss ich wollte gerade sagen jetzt ist ein bisschen arg laut der kollege hier fahrer den straßenrand 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 fahrer 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 fahr Okay, Officer, bitteschön. 23.12.2020, die sollte auf jeden Fall 4RXM13. 4RXM13. Ja, das passt so. Aber da hatten wir auch ein normales, kennst du euch noch ein Dashi? Erstmal das Fahrzeug. Mit dem lauten Auspuff. Naja, mit dem lauten Motor. Steig mal aus hier. Das ist einfach... Ist das gerade gefühlt eine Wohltat? Das ist das Police Dings, ne? Von wegen Parkplatz und so. So, jetzt möchte ich dich gerne einmal kurz wegen einem Alkohol testen. Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ist jetzt übrigens Tee. Schwarz Tee, den ich jetzt trinke gerade. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Sie hat weder gekifft noch immer. Also, ich hab sie ja gelangt jetzt mit dem, was er hat. Darf ich sie das suchen? Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Ich würd gern dein Auto mal nicht suchen. Sie hat ein Springmesser. Ich muss sie festnehmen, dass sie eine Springmesse mitführt. Was? Volltreffer. Ich sag doch. So, dann geht das mal dein Auto und definitiv die Hand. So, ich hoffe, dass du jetzt bleibst. Ich bleibst jetzt schön hier. Ich darf dein Auto ja durchsuchen. Wenn du ja schon eine Waffe hattest. Nagelknipser, das ist nichts weiter Dramatisches. Habe ich auch. Allerdings fehlt der Katze. So, was hast du hier? Ist hier nischt. So, definitiv wird jetzt gleich erstmal... Wenn wir dir jetzt gleich einen Fließpuffer machen. Wir sind ja Gott sei Dank jetzt gerade schon an der Polizei. Ihre Schicht ist um, Officer. Ich will die Alte hier noch kurz fertig machen. Dann warst du sie des Wortes. Sie bitten. So. Habe ich mir nicht angezeigt, ne? Ich habe nichts gefunden, da gebe ich. Gut, jedenfalls kriegst du auf jeden Fall erstmal... Verstoß bestrafen. Fahrer. Kann ich jetzt nicht machen. Aber ich werde dich... Ich werde sie zur Polizeidienststelle begleiten. Warte, ich werde dein Auto abschleppen lassen. Weil du bist ja... Jetzt gehst du ja definitiv jetzt in den Knast. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schickt bitte den Abschleppwagen an mein Aktuellentscheid. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen abschleppen. Äh... Begleit. Ich werde sie nun zur Polizeidienststelle begleiten. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich hier rumkomme. Das Verleben kann ich nicht. Ich kann doch nicht hier drüber, oder? Ja. Alter, die Wache ist nämlich hier links. Und damit haben wir im Financial Sektor jemals schon mal... Ja, und du hast einfach nur ein Springmesser dabei. Und demenspray bis vor dem Meer ihr Turm... Geht zu dem lief erstmal in den Knast. Und dann, wie gesagt, ist das tatsächlich erstmal das Ende vom Police Abfaster Simulator. Morgen geht es mit welches Anderen weiter. Aber nochmal hierher zurückgehen, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wie ich da Bock und laune habe. Wie ich zur Zeit vor allen Dingen habe. Weil am 05.05. gibt es Hogwarts Legacy raus. Und äh... Das wird dann definitiv dort... Ja, während viele Leute schon spielen können. Ich darf es nicht. Ich besitze sie die PS4. Das Spiel ist auf dem 05.05. vorgelegt. Es sollte erst am 07.02. schon kommen. Da hätte ich mich immer darauf gefreut. Dann sollte es am 04.04. kommen. Jetzt kommt es am 05.05. Ich hoffe, dass es sich noch einmal verlegt wird. Und ich... Ja... Ich will... Ich will zwar nicht zocken. Und ich hab Bock drauf. Und äh... Ich darf nicht. Da wir halt noch keine PS5 besitzen. Naja... Gut. Ist halt so. Kann man dich ändern. So, jetzt gehen wir kurz die Alte jetzt in den Knast bringen. Alles klar. Zeit reinzugehen. Oh, wir haben ein weiteres. Wir haben zwei. Dinger auf jeden Fall absolviert. Ja, du hattest nur lautem Motor. Und jetzt sitzt du im Knast, weil du dabei hast. Tschüss. So, fertig. Feierabend. Freude. Und überhaupt jetzt erstmal. Äh... Sekunde, 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 Sekunde. Hier ist mein Schicht. Ich bin schrattig. Gut. Aber kurz Checking machen. Und Feierabend vorne. So. Eigentlich haben wir nichts wirklich zu verstehen gehabt. Passt soweit. Genau. Wir haben weitere Sterne. Verdächtiger gesucht haben wir als nächstes. So. Wir hätten jetzt weitere Verdächtigen. Gut. Äh... Kann ich nicht nehmen. Äh... Kann ich nicht. Äh... Ich hätte hier noch einen Verdächtigen gesucht. Äh... Verdächtigen gesucht. Und danach hätten wir mit dem nächsten Stern den Drogenhändler festnehmen. Cool. Genau. Auch eine Idee. Hm. Ich überlege gerade. Was soll ich einfach erstmal weitermachen? Tatsächlich. Wie hab ich da gerade Bock drauf? Also so ein Verdächtigen suchen und alles von mit dran. Puh. Ich überlege. Ich überlege. Boah. Hab ich Bock drauf da jetzt doch. Ne. Wir machen was Neues. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann kann man immer noch hierher zurückkehren, wenn die Zeit ist. Oder. Warte mal. Wie auch immer. Bis heute. Tschüssi. Eine Warte mal. call Frau Harry Sie low bl Win